Ich denke einfach, dass Bundesliga nochmal alles größer ist. Die Gegner, gegen die wir spielen, sind besser. Von einem selber erwartet man auch noch mehr. Ich will mich auch noch weiterentwickeln. Ich bin jetzt 24 Jahre alt. Ich denke nicht, dass ich schon am Ende meiner Entwicklung bin. Ich will mich in jedem Training verbessern. Ich will Gas geben und einfach die Chance, die ich hier bekommen, will ich nutzen. Ich versuche meine Außenverteidigerposition offensiv zu interpretieren. Ich gehe gerne mit, gehe gerne über die Mittellinie, Schlagflanken und kann da, denke ich, eben mit meiner Schnelligkeit, Beweglichkeit und Spritzigkeit Räume ziehen. Ich bin am Ball aber auch, denke ich, nicht so schlecht und kann man auch mal den Gegner im 1 gegen 1 aussteigen lassen. Das sind genau die Stärken, die ich einfach versuchen werde einzubringen.